Herzlich willkommen zu diesem unausgereiften Gedanken-Podcast mit einem Gast, der in dreierlei Hinsichten dafür qualifiziert ist. Einerseits beschäftigt er sich mit Sport, andererseits auch mit Pokémon. Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und zum dritten hat er die wesentliche Eigenschaft besessen, Zeit zu haben für dieses Gespräch. Hallo, Baka-Critic. Hi, hi, hi. Ich bin Baka, ich liebe Pokémon und ich habe Zeit. Ja, das war wesentlich. Ja, wir wollten jetzt hier über Twilight Wings, Zwielichtflügel reden, die ersten zwei Folgen, die bisher erschienen sind, was für ein Eindruck damit entstanden ist und wie dieser Eindruck im Konzept zur gesamten Pokémon-Serie, Pokémon-Universum, könnte man ja sagen, steht. Und ich hatte überlegt, inwieweit auch in diesem Zusammenhang und auch in den kurzen Äußerungen, die ich von dir schon in dieser Richtung gehört habe, wie weit das, was wir jetzt sehen, eine Fortführung eines bisherigen Musters ist oder ob das irgendwie mittlerweile schon eine Zäsur dasteht. Oder ob die erste Zäsur nicht vielleicht sogar schon in der Figur Ash überhaupt angelegt ist. Ja, also, weil für mich ist die Prämisse von Pokémon eigentlich, bevor Ash einsetzt, dass wir, man könnte es mit einem Spruch aus einem anderen Franchise, könnte man es irgendwie resümieren, ein Ball sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu winden. Und ich meine, im Meisterball wird es dann ein paar Exzellons vorgeführt, aber im Grunde geht es ja eigentlich ganz am Anfang darum, dass Pokémon von Menschen beherrscht werden. Und das fängt mit dieser Eröffnungsszene an im ersten Pokémon, was wir jetzt wieder in gewandelter Form, diese klassische Eröffnungsszene hier haben. Man sieht eine Fernsehübertragung und zwei kämpfende Pokémon. Und das geht natürlich auf den Anfang der Spiele zurück und das haben wir jetzt auch. Aber hier, finde ich, ist schon die gewandelte, weiterentwickelte Form dieses Kampfs, weil jetzt sind es nicht nur die Pokémon, die gegeneinander kämpfen. Es sind auch die Trainer, die sich selber inszenieren. Ja, also die Trainer kämpfen nicht, aber man hat im Unterschied zum Anfang... Ach, ich bin völlig... Okay, man hat diese Fernsehübertragung und jetzt sehen wir in Pokémon Twilight Wing, dass die Trainerin Bea zu ihrem bestiegten Mashomai hinläuft und eben da Empathie zeigt. Und das ist am Anfang der ersten Staffel nicht der Fall. Und das ist eigentlich, glaube ich, für mich so die ganze Wandlung, die sich in dem Franchise mittlerweile zeigt. Und deswegen finde ich, irgendwie ist von Ash abgehend so ein Wandel da. Also man muss sagen, ich finde es eigentlich relativ interessant, dass diese beiden Serien jetzt quasi relativ ähnlich anfangen, nämlich mit dem selben Catch, dass man versucht, den kleinen, unschuldigen Jungen, der sich wahrscheinlich diese Serie jetzt das allererste Mal gibt, vielleicht sogar, dass der erste Kontakt mit Pokémon sein könnte, einfach damit versucht zu hooken, und dass man zeigt, hey, diese Pokémon, die wir hier irgendwie überall präsent auf der ganzen Welt haben, sei es im Internet, sei es auf Spielzeugfiguren, was auch immer, die sind eigentlich primär dafür gedacht, ziemlich coole Kämpfe zu liefern. Und was ich halt immer sehr, sehr inspirierend eigentlich an diesem Anfangsszenario finde, sowohl im ersten Pokémon-Anime als auch hier, ist die Tatsache, dass halt die Kämpfe der Pokémon wesentlich dynamischer dargestellt werden, als sie eigentlich tatsächlich sowohl im Rest der richtigen Serie sind, als auch in den Spielen. Weißt du, in den Spielen hast du es ja sowieso, dass die Pokémon recht statisch sind, weil das Ganze ein Rollenspiel ist, wo du nicht wirklich großartige Animationen erwarten darfst. Aber selbst später sind die Arenen in der Regel ja relativ klein. Und bei Twilight Wings haben wir jetzt ja diese Eigenheit, dass für die Spiele eine neue Spielmechanik eingeführt wurde, mit denen die Pokémon größer gemacht werden können, entsprechend auch die Arena sehr, sehr groß sein muss. Was im Umkehrschluss aber die Folge hat, dass die Pokémon, solange sie nicht in dieser Übergröße vorhanden sind, in diesem Dynamax-Modus, sich tatsächlich auch bewegen müssen, dass sie den Raum auch tatsächlich nutzen müssen, weil es sonst super absurd aussehen würde, wenn zwei Pokémon einfach einen Meter voneinander entfernt stehen und im Grunde quasi nur einmal zucken, um sich gegenseitig anzugreifen. Und das finde ich sehr schön umgesetzt hier bei Twilight Wings. Ja, aber irgendwie ist das, glaube ich, finde ich schon so der interessante Punkt, weil du hast ja gemeint, dass die Welt voll von Pokémon auch ist. Und das ist, glaube ich, halt auch, du wirst beides mal eingeführt, dass man Spielzeug und Poster und wie auch immer und die Pokémon sind als ganz normaler Teil dieser Welt zu betrachten. Und im Gegensatz zum ersten, oder ich glaube, es gab auch noch mal irgendeine andere Ableger, wo das genau das gleiche musste, weil das ist ja eigentlich die Mechanik des Gameboy-Spiels. Wir sitzen vor unserem Fernseher und dann kommen wir runter zur Mutter, wie auch immer, und dann gehen wir in die Welt raus und erleben unsere Abenteuer, die uns irgendwie heranreifen lassen und wir werden in unserer Entwicklung als Mensch mit den Pokémon begleitet, so irgendwie. Setzt hier aber auch noch mal so diese andere Sichtweise ein, weil du hast jetzt halt nicht mehr die Pokémon, die nur kämpfen, sondern du hast dann auch zum Beispiel die Evoli auch im Flur am Anfang oder dieser Bär mit dem Rosa, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der in Sonne und Mond schon so wunderbar präsent war, die halt so normale Arbeiten erledigen. Und am besten, finde ich, ist das in diesem geflügelten Taxi eingefangen, dass du mal ein bisschen so wie im Detektiv Pikachu hast, eine Welt, die darauf funktioniert oder die mit den Pokémon auch funktioniert und nicht nur Pokémon als Zusatzfeature zur normalen Welt. Das ist halt so generell interessant an dieser ganzen Poké-Welt, weil Pokémon hat ja extrem viele Ableger, sei es in Form von Spielen, sei es in Form von Manga und natürlich selbst als Anime gibt es verschiedene Versionen, also außer der regulären Pokémon-Serie Twilight Wings gab es ja, glaube ich, 2017 oder 2016 noch mal einen Ansatz mit Pokémon Generations, auch solchen Kurzvideos, die sich ein bisschen näher an den Originalspielen orientieren sollten. Und egal, welchen Ableger du nimmst, der Ton der jeweiligen Serien ist manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, gerade wenn man sich so im Dojinshi-Bereich anschaut, gehen Fans schon mal richtig ab, was Dramaturgie und so weiter abgeht. Aber was ich an Pokémon immer so faszinierend finde und wir das Stand 2020 jetzt mit Twilight Wings immer noch haben, ist, dass wir diese Beziehung der Poké-Welt zur Digitalisierung, weil du total viele Aufgabenbereiche hast, die von Pokémon übernommen werden, die du streng genommen eigentlich durch Technologien ersetzen könntest, sei es durch Transportmittel, sei es irgendwelche anderen kleineren Fahrzeuge, also gerade Pokémon als Fahrzeugersatz werden ziemlich häufig genutzt, wo ich mir denke, der Rest dieser Welt wirkt so unfassbar modern inszeniert. Allein die Tatsache, dass du die Technologien hast, Pokémon in Poké-Bällen zu fangen und sie sogar zu vergrößern, damit sie ein größeres Spektakel für die Zuschauer darstellen können. Und dennoch hast du dieses komisch Geerdete, dieses, wir benutzen tatsächlich ein Pokémon als Krankenschwester, wir benutzen tatsächlich ein Pokémon als Taxi und wir benutzen vielleicht ein Pokémon einfach nur so als Haustier, abgesehen davon, ob man vielleicht auch Pokémon essen kann oder nicht. Also diese Beziehung von der Poké-Welt zur Digitalisierung fand ich immer faszinierend und wir haben das 2020 immer noch. Ja, das ist ja auch irgendwie klar, das ist ja ein Element oder so, wenn du dir so Fantasy-Sachen anguckst, ist ja oft auch das, was Magie halt ersetzt, das, was bei uns durch Technik abgelöst wird. Das ist halt auch ein Spektrum, finde ich, in dem man viel dann auch so mytifizierend aufbauen kann. Ja genau, auch so die Poké-Bälle zum Beispiel, das ist ja, eigentlich dadurch werden die Pokémon ja eigentlich erst zu Taschenmonster. Das stimmt. Zu diesem Pocketmonster, weil davor hast du sie als diese freilebenden Kreaturen und erst mit dem Ball, deswegen auch dieses Herr-der-Ringe-Anspielungsgelicht, fängst du sie quasi und nimmst sie in deinem konditionierten und trainierten Lebensweg mit auf. Und in diesem Lebensweg ist ja eigentlich so, die Trainer suchen sich die stärksten Pokémon, sollen alle fangen und die Pokémon unterstützen sie ja dann auch dabei, andere Pokémon in ihre Gefangenschaft so zu bringen. Ja, das stimmt. Und das ist so die verrückte Mechanik und irgendwie kommt dann halt so ein konsumistischer, ökonomischer und emotionaler Dings mit raus, wenn du so Pokémon hast, die voll süß sind, Evoli und was auch immer, und dann halt so quasi geliebt werden. Und dann hast du die anderen Pokémon, die Kämpfen oder Arbeiten erledigen. Und das ist für mich so die Prämisse, die am Anfang des Franchise steht. Und ich finde, in keinem Kontrast wird es deutlicher als zwischen Mew und Mewtwo im ersten Film. Ja, das stimmt. Weil du hast den entwickelten, gezüchteten Power-Pokémon-Typ mit Mewtwo, der halt echt versklavt quasi und in diese Machinerie eingespannt ist und das freie Mew, das halt die Natur repräsentiert und so. Und damit ist vielleicht auch dieses Digitalisierungs-Ding drin, dass du halt quasi so in der Form auch so dieses freie, wilde, aber auch so technisch gebundene und ja irgendwie abgerichtete hast. Und das finde ich ist so interessant, weil da finde ich, ist es halt für mich irgendwie so die Zäsur am Anfang des Franchise. Und das läuft als Muster jetzt irgendwie weiter. Weil du warst ja zum Beispiel von Bea jetzt in der zweiten Folge sehr angetan, wie die mit ihrem Pokémon umgeht. Das ist halt das Ding. Von Anfang an wird im ersten Pokémon-Anime eingetrichtert, dass Pokémon-Pocket-Monster von Natur aus kompetitiv sind. Dass dieses Kämpfen gar nicht etwas sein soll, was von den Menschen auferzwungen ist, sondern das ist die anfängliche Behauptung, dass Pokémon gerne gegeneinander antreten, dass das so Kampftiere mehr oder weniger sind. Und dass diese ganze Trainershose eigentlich nur dafür da ist, die geleitet in sichere Kämpfe zu begleiten. Wo du ganz klare Regeln hast, wenn ein Pokémon solche komischen Ed-Augen bekommt, dann kann es nicht mehr kämpfen. Also da brechen wir die Kämpfe ab und so weiter. Und die sind ja komischerweise sehr robust gegen eigentlich unfassbar grausame Angriffsmethoden, wie Verbrennungen und Elektroschocks und manchmal sogar Schlimmeres. Manche Pokémon haben ja straight-up Klingen und so weiter. Und was ich halt bei der Figur des Ash Ketchum Satoshi eigentlich nie wirklich, beziehungsweise was ich immer gut fand war immer, dass in dem ersten Pokémon-Anime ganz klar auch ein Charakter gezeichnet wurde, dass dieser Junge, dieser zehnjährige Junge, tatsächlich nüchtern betrachtet kein guter Trainer ist, weil er seine Pokémon nie trainiert, sondern stattdessen sie von Kampf zu Kampf scheucht, die sich immer zwangsläufig aus seinem eigenen Egoismus ergeben. Und in den Momenten, wo er zum Beispiel im allerersten Anime irgendwie ein oder zwei Monate Vorbereitungszeit für die Kanto-Liga bekommt, nutzt er keinen der Tage, um tatsächlich aufrichtig zu trainieren, sondern gönnt sich natürlich und die Quittung bekommt er dann irgendwann in der fünften Runde, wenn das ihm wieder in den Hintern tritt. Während du halt bei Pokémon Twilight Wings sehr schön erkennst, dass Bea, den Pokémon-Typ, für den sie sich entschieden hat, den Typ Kampf, tatsächlich voll und ganz supportet, indem sie von ihren Pokémon nichts anderes verlangt, als das, was sie von sich selber abverlangt. Sie trainiert mit ihren Pokémon zusammen verschiedene Karate-Katter, sie tritt tatsächlich im Sparring gegen sie an, auch wenn sie tatsächlich physisch unfassbar überlegen sind, aber innerhalb ihrer Möglichkeiten, innerhalb ihrer physischen Möglichkeiten zumindest, tut sie alles, um ihre Pokémon zu stärken und ihnen nicht irgendwie dieses Sklave-Herren-Verhältnis vorzuleben. Und das ist halt etwas, was sich generell abzeichnet, dass die Spin-Offs von Pokémon sehr viel besser vermitteln können, als tatsächlich der originale Pokémon-Anime mit Ash. Ja, ich würde, glaube ich, da zwei Relativierungen einbringen. Oder ja, du siehst ja auch in Bea, sie kämpft ja auch gegen wildes Pokémon gemeinsam mit ihrem Pokémon. Also das ist ja auch, das hattest du ja davor selten, dass quasi Menschen gegen Pokémon antreten, so eine Gleichberechtigung oder so auf Augenhöhe. Und für mich ist da Ash eigentlich schon die Figur klar, der ist am Anfang völlig verzogen, will eigentlich nur Trainer wegen Ruhm und Anerkennung werden und möchte der Größte sein und verschläft und kriegt es überhaupt nicht auf die Reihe. Aber dieses zwiegespaltene Verhältnis von Pikachu und ihm führt ja dazu, dass er quasi sein Stolz brechen muss und dann zum Beispiel in den Formen mit diesem Kampf mit den Bebors, oh nee, das sind Taubsis mit den Taubsis, dann halt auch sich opfert. Und das ist dann im Pokémon-Film dann auch nochmal stärker so, dass Mewtwo ja dann sieht, okay, er ist bereit, sich für ein Pokémon, also in dem Fall Pikachu, auch Schaden einzunehmen. Und da, finde ich, ist dann so diese Krux, weil dann wird dieses Verhältnis, was eigentlich so ein hierarchisches ist, wird irgendwie zurück in so ein freundschaftlich oder zumindest anerkennend gleichwertiges geführt. Und das ist für mich irgendwie so die eigentliche Zäsurpunkt, an dem Pokémon eigentlich erst anfängt, dass wir sehen, okay, du hast diese Welt und eigentlich ist die Mechanik auch in den Spielen darauf ausgelegt, du sollst alles schnappen, alles sammeln, alles besitzen und in deine Verfügungsgewalt bringen, aber du brauchst es nicht. Und eigentlich kannst du auswählen, die Pokémon, die für dich passen, so und dann mit denen irgendwie gegenseitig sich so weiterentwickeln. Und ich finde, das kommt halt in der Twilight-Wings-Adaption jetzt so gut raus, auch am Anfang, wenn dann der Chairman zum Beispiel oben zu dem kleinen, blonden Jungen schon auf dem Dach meint, dass er ein guter Trainer wäre, weil die Pokémon ihn mögen. Also hast du da auch schon irgendwo so die Gefühlsebene der Pokémon drin. Und dann wird Bea dann auch, auch wenn ich irgendwie finde, dass diese zwei Kinder aussehen wie die Protagonisten der Devilman Crybaby. Das und eine Mischung aus dem und dem modernen Digimon-Stil. Also die könnten auch irgendwie Tie und Matt sein. Ja, ja. Aber ja, irgendwie fand ich das halt so vom Bruch her interessant. Und ich meine, Pokémon ist ja deshalb irgendwie so anscheinend legendär entstanden, weil es diese Insekten-Sammel oder Dings von diesem Satoshi Tajili gab. Und deswegen heißt der Satoshi auch Satoshi im Japanischen. Und irgendwie finde ich interessant, dass man nach und nach von dieser Mechanik wegkam. Ich glaube, zum Beispiel in Sonne und Mond sind mit Ausnahme von Team Rocket eigentlich keine Pokémon gewaltsam gefangen worden, sondern die sind alle bereitwillig in die Bälle gehüpft, weil sie sich davor angefreundet haben. Das ist für mich so eine Entwicklung, die mit jeder Staffel irgendwie mehr geworden ist. Dass quasi das Verhältnis gekippt ist so ein bisschen. Das ist es halt, dass tatsächlich, ich weiß nicht, wann es ist, weil ich nicht den kompletten Pokémon-Anime gesehen habe, aber zumindest im Original-Run die ersten irgendwie 200, 300 Folgen, an die ich mich erinnern kann, war es ja schon so, dass es definitiv eine Charakterisierung von Ashs Pokémon-Team grundsätzlich gab. Zumindest das Team, auf das er häufiger zurückgegriffen hat. Aber dass du grundsätzlich immer so ein bisschen das Problem hattest, gerade je mehr Pokémon Ash gefangen hattest, so schlimmer wurde das, dass irgendwie seine Kumpel-Pokémon auch ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, obwohl er sie tagtäglich bei sich mitschleppt. Das ist ja irgendwie auch das Absurde an Pokémon, dass eigentlich Ash, also generell allen Trainern, niemand vorschreiben kann, hey, wir haben so ein Gesetz, du musst deine Pokémon in Pokébellen irgendwie die ganze Zeit mit dir schleppen, sondern du auch die Wahl hättest, ey, ich könnte auch mit so einem Squad von sechs Pokémon die ganze Zeit im Freien rumlaufen, so wie es Ash auch mit Pikachu macht. Aber aus irgendeinem Grund, der natürlich ein bisschen darin liegt, dass Pikachu als Maskottchen inszeniert werden muss für das Franchise, hast du auf jeden Fall auch innerhalb der Pokémon-Teams eine gewisse Hierarchie, weißt du? Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel in den früheren Anime-Episoden Ben Ash mal tatsächlich irgendwie ein siebtes oder achtes Pokémon in die Party mit aufnehmen wollte, hat er sehr häufig Pokémon ausgetauscht, die er schon länger nicht verwendet hat, die der Zuschauer auch länger nicht gesehen hat und zu denen gar keine Bindung aufbauen konnte. Während du es halt bei den modernen Serien halt so hast, dass tatsächlich hinter jedem neuen Pokémon, das er fängt, wirklich so, also das war auch früher so, dass ein Story-Arc dahinter steckt, aber dass die auch als Figuren viel mehr charakterisiert wurden. Gerade zum Beispiel bei Pokémon Sun & Moon hast du es halt voll häufig, dass Ashs gesamte Party sich draußen befindet und auf gewisse Plottelemente reagieren, dass du wirklich teilweise, fernab von ihren eigenen Charakterzügen, auch bestimmte Reaktionen hast, dass du einen Typen hast, der immer Agro ist, irgendwie seine Feuerkatze, einen, der immer ängstlich ist, seine Eule und so weiter. Und das ist etwas, was sich in den laufenden Pokémon-Serien auf jeden Fall gebessert hat, dass dieses freundschaftliche mehr in den Fokus gerückt ist. Aber letztendlich hast du es dann trotzdem jedes Mal am Anfang, dass Ash erstmal neue Pokémon gefangen nehmen muss und erstmal in Pokébälle steckt, bevor er ihnen erlaubt, an die frische Luft zu kommen. Ja, wobei das, glaube ich, in Sun & Moon jetzt anders war. Aber ja, ich fand auch, und vor allem darfst du ja nicht nur Ash mit Pikachu als Ausnahme, die draußen rumläuft, sondern das sind ja eigentlich alle frei. Und die schauen ja am Ende ja auch da noch zu in diesem Turnier-Ark. Genau. Und interagieren ja auch untereinander irgendwie auf einer Ebene, die ja gleichberechtigt ist. Also das ist schon interessant. Und ich finde, Professor Kukui und Fuegro sind da irgendwo so das beste Team als diese Wrestling-Partnerschaft. Weil da sind sie ja wirklich irgendwie auf Augenhöhe, außer natürlich, dass der eine kämpft und der andere nicht. Aber und andererseits fand ich dann auch wieder interessant, um nochmal auf die erste Folge von Twilight Wings zurückzukommen. Du hast wieder diese Drin-Szenario als Anfang und damit wird wieder was Neues markiert. Ich habe so die ersten paar Folgen von einer anderen Staffel durchgesappt. Und wenn die Geschichte nicht wirklich von vorne anfängt, sondern Ash noch auf der Reise ist, weil die Reise geht weiter, fängt die jeweilige Staffel auch damit an, dass die ersten Bilder draußen irgendwo in der Wildnis sie unterwegs zeigen. Und das finde ich auch so interessant, dass du halt quasi dieses räumlich abgegrenzte immer nur so als Startpunkt hast, damit man raus in die Welt geht und erlebt. Das ist halt bei Twilight Wings ja auch so schön dargestellt, dass die erste Folge quasi in einem geschlossenen Raum in einem Krankenhaus, glaube ich, soll das sein, stattfindet. Und dass durch das Schauen des Pokémon-Fights der eine der beiden Jungs halt so inspiriert ist, dass er wirklich auch selber mal einen solchen Pokémon-Kampf live sehen will. Und ich glaube, so ein bisschen auch die Implikation ist, dass er eigentlich auch selber Trainer werden will. Und damit er diesen Schritt überhaupt machen kann, muss er halt mit dem Vorsitzenden Rose reden und sich dafür aufs Dach begeben, also in die Freiheit, raus aus der Gefangenschaft, der Industrialisierung quasi, raus aus dem Gebäude, an die frische Luft, wo er in Kontakt mit diesem riesigen Vogel-Pokémon, ich weiß nicht, Cordy-Vex oder wie der heißt auf Englisch, ich weiß es gar nicht mehr, da in Kontakt mit dem trifft und so sieht, ey, da draußen in der Natur, das ist meine Romantik, das ist mein Abenteuer Sinn, ich muss hier raus aus diesem Gebäude, sobald ich gesund bin. Und das ist halt etwas, was Pokémon generell ziemlich gut in jeder neuen Staffel eigentlich inszeniert, dieses, ich will kein Stubenhocker sein, ich will nicht die ganze Zeit mit einem Taxi von einer Stadt zur anderen fahren, nein, der Weg ist das Ziel und zu dem Weg gehört es auch, dass ich selbstständig aus eigener Kraft durch die Welt reise und meine Pokémon dort treffe und nicht irgendwie fertig kaufe oder was auch immer für einen Schwarzmarkthandel da eigentlich theoretisch möglich wäre. Mit Sicherheit auch gibt, ja. es ist dann nur nicht auch dieser eine Reiche, der sich dann diese super seltene rote Elektro-Pokémon gekauft hat, was dann in dem Rennen nicht, ja, genau. Genau. Aber ja, du hast es ja jetzt hier auch nochmal schön verdeutlicht mit diesen aufsteigenden Treppen und einem zu überwindenden Winternis, genau. Aber ich finde auch, in Generations, glaube ich, war es auch, wenn ich jetzt so überlege, dass dann zum Beispiel Fukani und auch Maschumai so von der Polizei auch eingesetzt wurden als Partner. Sowas würde ich echt gern öfter sehen. Ja. Und ich glaube, dass Twilight Wings halt in diese Richtung geht, auch wenn man dann so die zweite Folge mit diesem eingeschlossenen in der Höhle, was ja auch irgendwie so eine Reminiszenz an dieser Höhlen-Szene im Original-Pokémon ist. Aber man kann aus der Höhle halt wieder heraustreten und ist symbolisch wiedergeboren nach der abgeschlossenen Eremiten-Phase. Und nachdem Bärs Herz ein bisschen aufgeweicht ist und sie auch sich ein bisschen empathischer gegenüber ihrem Pokémon verhält. Ja, aber dann auch so interessant, dass auch dann sie quasi um sie wird sich gekümmert. Also Maschalo gibt ihr ja mehrfach oder versucht ihr mehrfach so ein Schokoriegel oder irgendwie halt Energie zu geben. Das ist ja dann auch, dann dreht sich diese Support-Funktion ein bisschen um und mit den Z-Attacken ist das ja auch schon irgendwie mehr halt als bloß blöd Befehle brüllen. Aber ich finde auch interessant, um dann nochmal jetzt zum ersten Pokémon zurückzuspringen, weil Ash lässt ja sowohl Klurak als auch Smetbo dann irgendwann im Verlauf der Handlung frei und quasi ihrem natürlichen Zyklus hinterherfliegen. Wobei ich bei Smetbo immer es ein bisschen komisch fand. Also du weißt, was mit Smetbo passiert, im japanischen. Ah, erzähl mal. Also das Ding ist, das was im Wässlichen impliziert wird, dass Smetbo in die Freiheit gelassen wird, um sich zu paaren, ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Also im japanischen ist es wohl die Implikation, dass Smetbo nachdem sie sich paaren, sterben und Ash quasi sein Pokémon in den Tod geschickt hat. Okay, das ist dann ein bisschen härter. Ja, weil halt Insekten auch nicht generell lange leben und das ist wohl tatsächlich eine Referenz dazu. Weswegen, also das mit Glurak gebe ich dir recht und er hat ja auch andere Pokémon wie zum Beispiel Shiggy, dass er zurück zu diesem, was war das, dieses Shiggy Einsatzkommando, das dann so Feuerwehr spielt und so weiter. Also er hat das generell auf jeden Fall, dass er Pokémon freilässt, aber bei Smetbo müssen wir erwähnen, dass er ihn wirklich in den Tod geschickt hat. Für die Liebe, dann kann man auch mal sterben. Genau. Ja. Aber ich meine, andererseits macht es das ja auch wieder realistischer, ist ja auch nett. Ja, bestimmt. Ja, aber ich finde auch so, ich finde es echt schön, wenn diese Realwelt-Komponente mehr einzieht und nicht nur dieses Merchandise-Konzept, was davor ja halt so ein bisschen schön war. Das auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch grundsätzlich ein Fan davon, dass diese Pokémon für praktische Dinge genutzt werden, so ist es nicht. Also ich hinterfrage es zwar schon, warum wir wirklich so ein bisschen unrobust aussehendes Flugtaxi haben müssen, aber es ist trotzdem cool. Weißt du, ich hätte auch als Kind lieber sowas gehabt, als ein normales Auto oder sonst was zu haben. Und das ist ja das Schöne, dass Pokémon-Designs, also dass die Design-Philosophie mit in die Funktion oder in die Charakterisierung mit einfließt, während du es bei der ersten Serie halt so ein bisschen hattest, dass Pokémon halt an real existierenden Tieren orientiert waren. Ich meine, manche Pokémon sehen straight up wie normale Tiere aus, sei es Raupi oder Carpador oder so. Aber dass du es heutzutage halt eher so hast, wenn du dir so Designs reinziehst, dass da immer so ein Hintergedanke steckt, a la, was ist die Aufgabe von diesem Pokémon? Wofür sieht es so aus, wie es aussieht? Welche Funktionen erfüllt es entweder für sich selber oder zumindest für Menschen, was auf eine gewisse Art bisschen traurig ist. Aber das ist das Coole, dass viele Leute das ja auch ein bisschen bescheiden finden, dass Pokémon-Designs ein bisschen zu kompliziert ausgeartet sind. Aber dass du halt hier nicht mehr diesen Punkt hast, wo du einfach nur darauf wartest, ja okay, ich will den zehnten Vogel haben, Spatz oder was auch immer, der einfach nur da ist, um da zu sein. Nein, Mann, wir haben hier einen riesigen Stahlvogel, der muss so groß sein, damit er Menschen tragen kann. Und er ist aus Stahl, weil irgendwie England und Ritter und das ist irgendwie cool. Team-Punk, ja. Aber ich meine, du hast auch so diese geänderte Philosophie und Sonne und Mond hast du ja auch dann Clurac als Milchlieferanten oder die Kühe haben ja dann auch irgendwie in dieser Eisproduktion auf der Familienfarm eine andere Funktion. Also ich glaube, dass da halt auch die Denkweise, die Welt ganzheitlich zu denken, irgendwie besser aufgegangen ist mittlerweile. Ja, denke ich auch. Und deswegen irgendwie finde ich, es bietet halt so den Startpunkt und von da an zieht sich so die Entwicklungsmuster, Musterweise vor Ort. Aber ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall auf die nächsten Folgen gespannt. Die ersten Folgen fand ich ganz interessant. Ich muss sagen, das ist halt das Ding. Ich habe ja zum Beispiel auch mal dieses Video über Pokémon Do Genshi gemacht, wo ich auch gesagt habe, das liebe ich halt an Pokémon Spin-Offs, dass sie mir eigentlich die Sachen geben, die ich von der originalen Serie irgendwie entweder nicht genug bekomme oder einfach gar nicht bekomme. Und ich würde das halt so viel öfter gerne sehen und es liegt nicht nur daran, dass diese Folgen sehr, sehr schön animiert und gezeichnet waren, dass du auch mal siehst, okay, hey, hier ist ein alternativer Take zu Sachen, die du eigentlich schon kennst, aber eben auf eine andere Art genutzt werden. Halt, hey, ein Pokémon-Kampf wie der von Ash muss gar nicht so die Norm sein, weißt du, dass der Typ irgendwie im letzten Moment irgendwie die Wände immer irgendwie einleitet, sondern da können auch ein bisschen andere Choreografien mit rein, je nachdem, welche Pokémon gewählt werden, die vielleicht Ash nicht einsetzt oder halt die Art und Weise, wenn du wirklich das Leben von Leuten, die einfach normal in der Poké-Welt arbeiten und keine Pokémon-Trainer sind, so ein bisschen fokussierst. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen, ich glaube, es war unter der zweiten Folge von Twilight Wings, wo gesagt wurde, Leute, wir können jetzt mit Sicherheit sagen, der Protagonist dieser Serie ist dieser Taxifahrer, ne? Ja. Weil im Grunde ist es ja so, dass wir ihn als die ganze Konstante bis jetzt in den ersten zwei Folgen hatten und bestimmt auch in den nächsten Folgen und er quasi uns durch diese neue Poké-Welt führt. Ja. Ja, irgendwie am Ende der ersten Folge hast du ja auch dann so Blicke, was machen die anderen Figuren so kurz und wahrscheinlich werden die jetzt halt Stück für Stück irgendwie so ein bisschen abgeklappert werden, was ja einen guten Eindruck vermittelt. Aber ich finde es schon interessant halt auch, weil es waren, was sind die ersten zwei Folgen, 15 Minuten zusammen, wenn es hochkommt so. Aber trotzdem hat man es geschafft, so eine neue Welt zu entwerfen, die irgendwie halt in sich schlüssig erscheint. Und also gerade bei den älteren Staffeln ist das für mich mitunter nicht so der Fall. Es wirkt halt früher, also das ist natürlich auch dem geschuld, weil es neu war und nicht so viele Pokémon gab am Anfang. Es wirkt halt wie unsere Welt plus Pokémon. Während du hier ganz klar siehst, okay, Pokémon sind hier in die Historie dieses Ortes verwurzelt und deswegen haben wir keine normalen Taxis, weil wir halt schon immer diese Vögel hatten, die eine coole Funktion erfüllen oder sonst was. Dass du halt wirklich zum Beispiel auch bei Beas Training in Folge 2, wo sie halt diesen Jogginglauf macht mit ihren Pokémon und neben ihr ganz casual irgendwie so ein Garados Salto schlägt irgendwie an dem See, an dem die vorbeilaufen, während ihr in der ersten Serie halt immer eingetrichtert wurde, Skaradosse, was auch immer der Plural ist, super gefährliche Viecher sind, vor denen du auf jeden Fall in der freien Wildbahn abhauen musst. Und hier siehst du, nein Mann, so muss das gar nicht sein. Alternative Möglichkeiten sind möglich und je nachdem, wo die leben, reagieren die vielleicht ein bisschen anders oder beziehungsweise die anderen Leute reagieren auf diese Viecher anders. Ja, Gerados hat da irgendwie gewirkt, finde ich, wie so ein Fisch im Aquarium, der dich anguckt und dir dann so hinterher schwimmt. Ganz genau. Ja, und so sind halt so diese Kleinigkeiten. Ich meine, allein, dass dieser Zwielichtvogel, wie auch immer er heißt, dann auch so viel Mitspracherecht hat, dass auf sein Meckern quasi das Flugtaxi nochmal umgedreht wird in der ersten Folge. Da spricht schon irgendwie so dieser andere Respekt, der halt den anderen auch sieht, irgendwie so ein bisschen mit raus. Aber ja, ich glaube, ich wiederhole mich. Ja, also ich bin auf jeden Fall bis jetzt ziemlich begeistert. Ich hoffe tatsächlich, dass es jetzt nicht nur darauf hinausläuft, dass wir die ganze Zeit noch die anderen Arena-Leiter abklappern. Ich glaube, zwei Stück, nein, drei Stück wurden noch gezeigt. Aber ich fände es auch cool, wenn wir auch wieder zurück zu Episode 1 gehen könnten und sehen könnten und sei es, wenn es in der finalen Folge ist, ob dieser kleine Junge tatsächlich das Krankenhaus verlässt und sich auf sein eigenes Abenteuer begibt. Ja, aber ich bin mir eigentlich oder ich hoffe, dass da so eine Entwicklung drin ist, weil ich meine, in Form von Bär hat man ja auch eine Entwicklung. Und wenn du so diese einzelnen Stationen, weil der Taxi-Flieger muss ja auch noch durch die Gegend fliegen, kann ja überall gleichzeitig sein. Wenn man das im Zeitverlauf so irgendwie abklappert, ist ja vielleicht auch möglich, dass wir implizit auch viel erzählt bekommen über die Welt und die Entwicklung. Wäre zu hoffen. Mal schauen. Der Vogel heißt übrigens Corvinite. Ich habe es jetzt gegoogelt kurz. Ich weiß nicht, ich hätte es jetzt. Bacca, du hast noch irgendwas, oder? Auf jeden Fall will ich nur noch mal sagen, wir haben viel zu lange warten müssen, bis wir einen wirklich seriösen Kampf zwischen einem Menschen und einem Pokémon gesehen haben. Ja, das ist allerdings wahr. Ja, sonst war es das von mir. Okay, von mir auch. Schönen Tagabend euch noch allen und bis demnächst irgendwann. Ciao. Ciao.